Einen wunderschönen Karfreitag wünsche ich euch allen da draußen. Ich habe ja eigentlich vor gehabt, an diesem Osterwochenende zum Football zu gehen. Daraus wird jetzt aber nichts. Meine Spielkameraden heißen Neocitran und Inhalierstift von WIC, die Drogen des kranken Mannes sozusagen. Mich hat es in Salzburg erwischt. Das Wetter war am Wochenende überschaubar, was die Temperaturen betrifft. Und nachdem es einer geschütt hat, bin ich nass geworden und kalt war. Am Montag habe ich schon gemerkt, ich werde kränklich. Die tödliche Männergrippe schleicht sich an. Und da haben wir noch gedacht, bis zum Wochenende wird es sicher wieder gut. Aber nein, es wird immer schlechter. Und ich hoffe, dass ich diese Ostern noch überstehe und zumindest am Sonntag meine Verwandten besuchen kann. Es hat eine erste AFL-Runde gegeben. Die ist jetzt in den Büchern. Und das Überraschende an dieser ersten AFL-Runde war, dass es wenig Überraschungen gab. Und es gab auch relativ wenig Spannung. Es gab fünf klare Siege. Gleich zum Auftakt haben die Graz Giants in der Höhe. Vielleicht unerwartet die Delfs Patriots 42 zu 7 geschlagen. Am Sonntag dann folgten Siege der Salzburg-Darx über die Rangers mit 41 zu 13. Der Vienna Vikings über die Reders Tirol mit 35 zu 14. Prag Black Panthers problemlos gegen die Steel Sharks trauen 42 zu 13. Und die Danube Dragons schlagen die Styrian Bears 40 zu 0. Und das ergibt dann ein Bild in der Tabelle, wo man jetzt sagen kann, nach einer Woche, da sind es zwei geteilt. Fünf oben, fünf unten. Was logisch ist aber von der Höhe der Ergebnisse her, wirkt es schon so, als würde es zwei Grüppchen geben. Noch ist nur eine Runde gespielt. Und die zweite Runde wird uns natürlich ein bisschen mehr Aufschluss geben, in welche Richtung es sich tatsächlich dann entwickeln wird. Zweite Runde gibt es übrigens an dem Wochenende keine. Die AFL und auch die Division 1 haben spielfrei. Warum? Am Sonntag findet in der Ravelinstraße in Wien, glaube ich, um 12.30 Uhr das EM-Halbfinale zwischen Österreich und Finnland im UN-19, also Junioren-EM statt. Und deswegen gibt es quasi eine Länderspielpause für die Bundesliga und die zweite Liga. Das Ganze ist nicht nur live im Football-Zentrum Ravelin zu sehen, sondern auch im Stream. Streamster überträgt das Ganze. Und Streamster gibt es, das habe ich gerade entdeckt bei mir, in der Magenta-TV-Box auch drinnen, quasi im linearen Fernsehen, Kanal Nummer 114 wäre es bei mir. Da kann man die österreichische Jugend, die ja seit 2011 umgeschlagen ist, die Junioren-Mannschaft, beobachten, wie sie gegen Finnland, nehme ich mal an, ins Finale der Junioren-EM einzieht. Das Modus wurde angepasst, Junioren und Herren, also die spielen jetzt über ein Jahr, die Vorrunde in einem Jahr, dann über den Winter ist Pause und im nächsten Jahr kommen dann quasi die Vorschussrunde und das Finale. Das steht auch dem österreichischen Herren-National, der nimmt er vor, dass im August am Tivoli spielen wird gegen Italien, auch ein Halbfinale. Jo, soweit so gut gespielt wird, aber dann am Wochenende Unterhaus, dazu werde ich später noch kommen, ich möchte noch was zu den Spielen sagen, die am Wochenende AFL spielen, die passiert sind. Ich war selbst dabei in Salzburg beim Spiel der Ducks gegen die Rangers und war, hat mir gedacht, dass die Ducks das gewinnen werden. Dieses Mal, das letzte Mal haben ja die Rangers da die Partie noch umgedreht am Ende und sind mit dem Sieg nach Hause gefahren, aber dass so deutlich wird, habe ich mir nicht gedacht. Die Ducks stark verbessert und die Rangers mit vielen neuen Gesichtern, acht Starter weg. Ja, für die wird es ein längerer Weg werden zurück wieder ins vordere Mittelfeld, wo sie schon mal waren. Tags zuvor auch deutlich die Niederlage der Telfs Patriots gegen die Graz Giants, wobei die Giants glaube ich das Team sind, das sich am stärksten verstärkt haben gegenüber dem Vorjahr. Ich sage jetzt einmal gut, viel weiter nach hinten war es ja nicht mehr gegangen, aber jetzt schauen sie wirklich wie ein Titelanwärter aus und bei den Telfs Patriots ist eines weg, dieser Underdog-Status, der ist futsch. Und ja, die Überraschungseffekte natürlich auch und die zwei Imports haben dann gegen Mitte, Ende des Spiels eh wieder funktioniert wie früher. Das war in Summe zu wenig, um diese Giants-Mannschaft tatsächlich zu fordern. Es geht dann in zwei Wochen weiter für die Patriots bei den Steel Sharks, die auch verloren haben in Prag. Da schaut die Geschichte dann vielleicht schon wieder komplett anders aus. Vikings gegen Raiders haben wir voriges Jahr zweimal gesehen. Ein klarer Sieg der Vikings und dann dieses Irrespiel mit den 133 Punkten. Knapper Sieg. Dieses Mal wieder was klareres. 35-14. Hört sich jetzt gar nicht so dramatisch an. Die Punkte von den Raiders hinten raus waren ein bisschen so garbage-mäßig schon. Also die Vikings auch da recht deutlich überlegen. Ein Spiel, das mir dann, wo ich mir die Zahlen angeschaut habe, ein bisschen zu denken gegeben hat, also eigentlich ordentlich zu denken gegeben hat, war das Spiel zwischen dem Meister Daniel Dragons und dem Aufsteiger Styrian Bears. Martin Kozian, der Bears-Coach, hat danach noch Worte gefunden, die positiv klangen wie, es war ein positiver Auftakt, wir konnten gegen den Meister spielen. Das schaut dann im Detail, wenn man sich die Zahlen anschaut, jetzt nicht so gut aus. Sie haben sich drei First Downs erspielt, die Bears, sie haben 35 Offense Yards zusammengebracht, Minus Yards bei den Rushing Yards. Sie hatten vier Minuten lang den Ball, von den 48 Minuten, laut Adam Riese, hatten 44 Minuten lang die Dragons den Ball. Das heißt, die haben da nicht mitgespielt. Das war nicht AFL-reif und das ist auch eigentlich kein Wunder. Wenn man sich jetzt als Vorbild hernimmt, die vom Vorjahr, die Aufsteiger, die so realisiert haben, Tels Patriots, wie die das gemacht haben, die haben zwei, wie wir am Ende gewusst haben, Top-Imports geholt und die haben die ganze Mannschaft besser gemacht. Die Styrian Bears haben keinen Import, spielen ausschließlich mit Österreichern und das wird da ganz eine schwere Nummer werden. Also da wird man es auch in zwei Wochen schwer haben, wenn man dann die Salzburg Ducks zu Gast hat. Ob da jetzt überhaupt ein Saisonsieg rausschaut, I doubt it. Zumindest in der Verfassung, wie sie jetzt sind, vielleicht ändern sie an etwas an dem Ganzen, aber das momentan, das reicht, um das Lokaltarby gegen die Styrian Hurricanes zu gewinnen. In der AFL wird man damit, glaube ich, kein Spiel gewinnen. Tut mir leid. Also die Zahlen sind zumindest erschreckend, die da gebracht worden sind und da kann der Martin Kotzian, der ja auch schon geübt ist, bei den Graz Giants Niederlagen sich irgendwie schöner zu reden, sagen was er will, das war nix. Ansonsten freuen wir uns auf die zweite Runde, die dann am Wochenende 15. oder 16. April starten wird. Stillsharks Traum gegen Delfs Patriots am Samstag und Dürrion Bears gegen Salzburg Ducks auch am Samstag und am Sonntag folgen dann die Spiele Vikings gegen Dragons, Wiener Derby, olli olli, Rangers gegen Giants und Raiders gegen Prag Black Panthers und nach der zweiten Runde wissen wir dann schon ungefähr, wo so die Kräfteverhältnisse liegen werden, weil vielleicht war ja diese allererste Runde, man hat es ja auch bemerkt, also ich war bei dem Spiel, wo ich war, gemerkt, die ersten vier, fünf Drives gingen bei keinem so recht war es und dann hat es Glück gemacht und ich glaube, so reinkommen in das Ganze wird man dann, wenn es ein bisschen wärmer wird. Hoffentlich ist es am 15. April wieder wärmer, weil das jetzt kommende Wochenende, das Osterwochenende, wir wissen es, wird wieder eher kälter. Ja, was ist es noch gegeben? Ich habe versucht mir die Zuschauerzahlen der AFL zu besorgen und habe da jetzt einen recht launigen Artikel auch darüber geschrieben. Ich habe es geschafft, also es sind teilweise auch von den Teams direkt dann Meldungen gekommen, zum Teil in der Statistik, zum Teil per WhatsApp, SMS, kriegt man diese fünf Zuschauerzahlen und die Zuschauerzahlen sind dann auch veröffentlicht, habe ich auch veröffentlicht auf Football Austria. Sie sind überschaubar, aufgrund dessen, dass es halt auch wirklich bitterkalt war an dem Wochenende, es waren 1100 in Salzburg und danach waren sehr wenig zwischen 500 und 280 Zuschauer, je nachdem wo man war. Was interessant ist, dass der Verband sich jetzt bei mir gemeldet hat, dass er das Feedback bekommen hätte, man hätte gerne Zuschauerzahlen und die Vereine jetzt dazu offensichtlich verpflichtet sind, diese Zuschauerangaben in der Statistik zu machen. Also die Statistiker. Jetzt bin ich schuld quasi. Nein, ich finde diese Zahlen wichtig. Warum? Wenn du die regelmäßig hast, Jahr für Jahr, kannst du eine Steigerung dann schon verkaufen. Natürlich, wenn es weniger wird, ist es blöd, da muss man nicht heute vielleicht darüber reden, aber ich gehe davon aus und so entwickelt sich die Sache ja momentan wieder, dass wieder mehr Leute zu Football kommen und dass wir eine Kurve bekommen, wenn man die nach oben zeigt in den nächsten 2, 3, 4 Jahren. Weil wenn man bestehen will neben der European League of Football, dann wird man andere Dinge noch angehen müssen. Der GMT in Salzburg funktioniert schon recht gut, der in Delfs ja auch. In Wien ist jetzt quasi eine eigene Partie wieder nur zuständig für das AFL-Team, was ich gut finde, was alle gut finden durften und die Vikings werden auch wieder quasi mehr Herz und Passion da reinlegen in ihre Rundum-Veranstaltung und das wird es brauchen. Man wird es brauchen, es wird brauchen, dass Sport top ist, auch wenn jetzt die besten 50 Spieler quasi 80% des Nationalteams in der Elf sind, müssen die Leute, die dort spielen, auch stärker und besser werden, damit sie auch eventuell irgendwann einmal dorthin kommen in ein Nationalteam oder in ein Elfteam und das Zweite ist halt einfach, dass man sich um den GMT auch kümmert und das ist in der AFL nicht überall der Fall. Im Unterhaus schon ein bisschen mehr, aber in der Austrian Football League gibt es den ein oder andere Spielstädte, wo ich sage, da steppt jetzt nicht unbedingt der Bär und da müsste man Schrauben dran und da ist es auch wichtig dann zu erfahren, wie viele Zuschauer haben wir, wie viele Zuschauer sind verordnet. Jetzt würde ich die Statistiker, die das jetzt eingeben müssen, dann in zwei Wochen bitten, nicht irgendwelche Fantasiezahlen herzunehmen, sondern wirklich zu schauen oder versuchen jemanden zu finden, der ja rührt, wie viele Leute sind tatsächlich im Stadion. Entweder man weiß es eh, weil man Tickets oder Drehkreuz hat oder sonst irgendetwas oder Stricherl ist so hart oder man zählt es einmal ungefähr ab und weiß dann, okay, das sind jetzt 400, 500. Rundet es eher nach unten ab wie nach oben. Warum? Weil wenn es dann mehr wären im Laufe des Sommers, hat man dann irgendwann kein Polster mehr nach oben. Es hat auch irgendeinen Sinn, weil es gibt ja von jedem Spiel bewegte Bilder wie auch Fotos. Insofern kann man es ja rein theoretisch nachzählen auch, wie man es machen will. Also ich bitte alle darum, das einzutragen. Ich bitte um möglichst korrekte Zahlen und dann schauen wir mal, wo sich in sich die nächsten Wochen entwickeln. Ich glaube, von der Woche 1 nach oben gibt es noch sehr viel Luft. Das waren jetzt 2.500, nicht einmal 2.500 Zuschauer, die bei den 5 Spielen waren. Also da wird schon noch einiges gehen. Übers Unterhaus. Die kommende Woche möchte ich noch reden, weil jetzt am Wochenende finden in der Division 2 und in der Division 3 jeweils 4 Spiele statt. Also am Sonntag, wie gesagt, das U19-National-Team auf der Rabellinstraßen. Aber es wird auch im Unterhaus gespielt. Die Division 2 startet am Samstag um 14 Uhr. Gladiators Reed gegen Styrian Reavers. Die Reavers ja souverän ihr erstes Spiel gewonnen. Die Reader noch nicht in Tritt gekommen. Zwei Spiele verloren. Da geht es jetzt schon so ziemlich um alles. Die Saison ist ja kurz im Unterhaus. Drei Monate, wenn man das Playoff nicht erreicht. Und danach ist neun Monate wieder Pause. Also man sollte danach trachten, unter den ersten zwei zu kommen. Gilt auch für die Benonia Hills, auch die ein Verlierer-Team gegen die Weinführung Spartans, die heuer richtig gut ausschauen. Auch am Samstag 15 Uhr. Franz Kovacic Platz. Kovacic? 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 Wie hat der Franz geheißen? Im Baumgarten am Fußballplatz. Spüns. Die Eagles gegen die Spartans. Ebenfurt Mustangs gegen Carnuntum Legionaries. Auch die Legionaries hatten einen holprigen Start in der Saison. Die Mustangs nicht. Die haben gleich einmal gewonnen. Das Ganze gibt es nicht nur am 8. April um 15 Uhr auf der Mustangs Range, sondern auch im Livestream findet man unter anderem auf Football Austria auch den Link dazu. Und zum Abschluss der Division 2, die BSK Ravens. Auch die haben zum Auftakt gewonnen gegen die Huskies Wels. Und die Welser haben eine bedenkliche hohe Niederlage eingefahren. In der Vorwoche. Gratulation nach Gmunden gegen die Rams. Und Eben hat gesagt, glaube ich, im letzten Video, dass ich glaube, dass die Welser das dort nahe gewinnen, nahe weit gefehlt. Die haben dort richtige Watschen kassiert. Und ja, gefällt mir, dass es Unterhaus zumindest komplett unvorhersehbar ist. Das, was man über die AFL sagt. Okay. Division 3. Die unterste Liga. Meine Lieblingsliga. Die Grizzlies treten an gegen die Styrian Panthers. Für die Panthers ist es überhaupt das allererste Spiel in ihrer Vereinsgeschichte. Also Meisterschaftsspiel. Qualifikation haben sie gespielt. 8. April 15.30 Uhr. Stadion Alte Au. Stockerauf. Worts raus ins Stadion Alte Au. Bevor die Gößen kommen. Die kommen im Sommer nämlich fix. Aber das wird sicher eine sehr, sehr lässige Angelegenheit. Auf der anderen Seite der Donau. Kloster Neiburg Broncos in Weidling hinten drinnen. Gegen Black Valley Wild. Die Black Valley Wild verloren. Das erste Spiel gegen die Grizzlies. In Schlegelmühl. Knapp. Ein Score nur gefallen. Und die Broncos klar verloren gegen die Vikings 2. Da gibt es jetzt für beide Bedarf, was besser zu machen. Mostviertel Bastards. Die haben ihr Auftaktsspiel gewonnen. Gegen die Gold World Raccoons. Treten an gegen die Telfs Patriots 2. Die haben verloren am Bastardsfield in Saarling. Das schon am Sonntag. 14 Uhr sind dann die Wildschweine im Einsatz gegen die Patrioten. Und abschließend. Es wird am Montag gespielt. Im Heiligen Land Tirol. Ostermontag. Raiders Tirol 2. Auch die Mannschaft sehen wir zum ersten Mal gegen Gold World Raccoons. Die Raccoons haben knapp verloren zu ihrem Liga-Auftakt mit einem Erweisserschaftsdebüt gegen die Mostviertel Bastards. Was ist noch passiert in der Woche? Die Vienna Vikings haben bekannt gegeben, dass sie ihr Auftaktsspiel in der European-Liga-Football am Verteilerkreis in der General-Arena der Wiener Austria bestreiten werden. Das hat nicht nur auf Facebook einige erstaunte, bisweilen auch recht zornige Reaktionen hervorgerufen, weil ja die Vikings damals im Halbfinale im Vorjahr, wir erinnern uns, nicht spielen durften in der General-Arena. So, Karl Wurm, der Präsident der Vikings, hat damals auch gesagt, das wird nichts mehr, das wird keine große Freundschaft mehr. Das Ganze hat schlussendlich stattgefunden auf der Ravelin-Straußen. Auch ich habe mich sehr geärgert. Puls24 hat das live übertragen. Wir mussten das von der Ravelin übertragen. Das war nicht so geplant. Wir wollten eine große Geschichte machen außer General-Arena. Okay. Allerdings ist Karl Wurm jetzt nicht mehr zuständig für die Elf-Franchise. Das macht jetzt quasi ein Management-Konsortium rund um Robin Lamston, der Lukas Leitn ist noch dabei, ein paar andere Leute. Und die Vikings, AFL-Team, haben sich verselbstständigt mit dem Karl Wurm. Da gibt es jetzt eigene Mitarbeiter, die gehen ja nur mit der AFL an. Und die Vikings sind da auch jetzt anteilsmäßig zurückgegangen bei den Elf-Franchise. Also die Franchise gehört mehrheitlich schon jemand anderem als den Werner-Wikings. Insofern kann man das den Vikings nicht vorhalten, was der Karl Wurm gesagt hat voriges Jahr, weil das hat der Karl Wurm gesagt und das wird er heute noch sein. Ich verstehe das. Also ich hätte damals auch genickt, wie das gehört hat. Auf der anderen Seite, die Sicht der Austria war andere. Die Austria hat gesagt, beziehungsweise das stimmt auch, sie hatte die UEFA im Nacken. Und die hat dann gesagt, in dem Zustand, wo der Rasen ist, werden wir das nicht kommissionieren für ein Conference-League-Spiel. Und die haben quasi die Notbremsen gezogen. Von sich aus hat die Austria kein Interesse, die Vikings vor die Tür zu stellen. Ich meine, das wäre auch blöd. Man nimmt sich einen Untermieter her, der recht gut zahlt, auch noch Miete. Und dann schmeißt man ihm mir nichts, dir nichts raus, nur weil es gerade so ist. Der Rasen quasi war in dem Zustand, über den die Austria berichtet hat. Und die UEFA hat gesagt, der Rasen wird so nicht funktionieren. Und damit ist das passiert, was passiert ist. Es ist nicht cool. Es ist auch die Austria Teilschuld. Es trifft die Vikings gar keine Schuld. Ich verstehe, dass der Karl Wurm angefressen ist. Ich verstehe aber auch, dass die Leute, die jetzt bei den Vikings das Sagen haben, immer noch mit der Austria reden. Und ich finde es ja gut, weil wir leben in einer Stadt, wo wir wissen, es gibt nicht viel Stadion, wo man spielen kann. Das Austria-Stadion ist eins der wenigen, wo man wirklich sagen kann, da kann man auch Football spielen. Bei Rapid wird das nicht stattfinden. Vergesst bitte das Prater-Stadion. Erstens ist es zu groß. Es ist zu klein für die NFL. Es ist zu groß für die Elf. Es ist eine Laufbahn rund umherum. Es ist einfach nicht Leihwand. Und im Rapid-Stadion wird es nicht stattfinden können. Insofern ist man eher angewiesen auf hohe Warte. Eventuell hat man schon Gerüchte gehört. Die Rundenseitung ist gestanden, dass das sein kann. Und eventuell auch ein Stadion außerhalb. Bekannt gegeben wird das Ganze am 11. April. Also heute in vier Tagen. Das muss dann eigentlich der Dienstag sein. Ist das richtig? Ah ja. Am Dienstag, 11. April, gibt es eine Pressekonferenz in der General Arena. Und da werden ja auch dabei sein. Und dann wissen wir, wo die Wiener Vikings ihre Elfspiele 20, 23, also die restlichen Auftragsspiele, wissen wir schon, wird im Verteilerkreis sein, absolvieren werden. Ja. Viel geredet habe ich. Jetzt lege ich mich dann wieder auf die Couch und spiele den sterbenden Schwarm. Ich soll ihn noch ausrichten vom Lukas. Das hat vorige Woche gut klappt. Also den Lukas kennt ihr nicht. Das ist der Typ, der die Football Austria Webseite macht. Es hat gut klappt, indem ich gesagt habe, bitte abonniert den Kanal. Es sind neue Abonnenten dazugekommen. Noch mehr, Wahrheit, nicht haben recht. Es soll jetzt unbedingt da unten die Klingel klingeln. Jetzt habe ich vergessen, meine Hand zu heben bei den verschiedenen Artikeln, die ich noch verlinke in dem Video. Ich denke es euch dazu, ich werde einen Video-Link machen zu dem AFL-Zuschauern, ich werde einen Video-Link machen zum Halbfinale der EM am 6. August, ich werde einen Link machen zu den Vikings im Stadion und so weiter und so fort. Aber bitte abonniert das Ganze, dann gibt der Lukas Ruhe und dann ist er happy. Und wenn der Lukas happy ist, bin ich auch happy. Und ich wünsche euch jetzt wirklich vom ganzen Herzen frohe Ostern, bleibt gesund. Und wenn ihr am Wochenende vielleicht bei meinem oder anderen Football-Spiel seid, wünsche ich euch viel Vergnügen. Vielen Dank. Vielen Dank.